Hallo und willkommen zurück meine lieben Freunde, ich bin euer Odo und wir sind zurück bei Disco Elysium. Das letzte Mal haben wir den Backroom vom Wording in Racks aufgemacht und hat eine zusätzliche Möglichkeit zum Geldverdienen gegeben. Heute werden wir als erstes mal die Hardy Boys mit den neuen Tatsachen konfrontieren. Und bei was sie sagt. Ja. Cool. Es war nur locker room talk. Es ist nicht evidence. Es war doch so. Aber es hat nichts gegeben. Und es hat nicht verändert. Ja, es war schlecht, ehrlich gesagt. Ich erwarte es zu haben. Es hat mehr Effekte. Cool. Es war nur locker room talk. Es ist nicht evidence. Wenn wir das machen, stirbt sie vielleicht. Wollen wir das nicht riskieren? Nein. Jetzt ist es auch. Nein, wir nehmen das erste. Und du sprichst auch die ganze Zeit so. Es war nicht so. Es kam nicht als eine Überraschung. Es war nicht so. Es war nicht so. Und sie wurde nicht so. Ich denke, es hat sich ein bisschen mit ihrem Nostalzik gemacht. Danke. Natürlich habe ich thoughts on this. I think you had a light plant, but she didn't long. Maybe she isn't who you thought she was, maybe she's still in denial, you know, like a defense mechanism. Be straight with me, Titus. What really happened? Hm. Hm. Gute Frage. Was nehmen wir hier? Puh, gar nicht so einfach. Ach. Also wir nehmen auf jeden Fall das erste an. Aber wir müssen ihm das ja nicht an die Nase pinnen, auf die Nase pinnen. Nein, aber das bleibt sowieso nicht. Get the whole storage from Titus. Hm. Hm. Okay. 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 Hm. Mm-hmm, and then start saying something that thinks best to not do. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Wow, rhetoric godly. Kalins Titus is being manipulated. Interestant. Ich kann ja das mit der Bullet noch machen. Ich finde das gar nicht so schlecht. Das mit dem Witness zu lassen, der... Hm, gute Frage. Tja. Tja. Okay, I'm gonna ask you again. What was this? Show them the bullet. In the victim's head. Or the cover-up for the shooting. Can you guys shoot him? Don't worry. Ah, wenn Drama es sagt, machen wir Drama. Hm, I think the hanging was a cover-up for the shooting. Let's see. Hm. Mm-hmm. Don't worry. We'll figure this out sooner or later. Ho, 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 ho. Okay. Okay. Wir haben schon eine 72-prozentige Chance, das zu schaffen. Strange reaction to Bullet. Everard asked. Great. Compromised skillsets known. Warned about the tribunal. Discussed. Confronted about drug trade. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm. Ich bin mir nicht sicher, wir das nehmen sollen. Hm. Versuchen wir es. 72 Prozent. Wir müssen es 16 schaffen. Wir haben Rhetorik 4. Wir könnten natürlich schauen, ob wir noch irgendwelche Verbesserungen für Rhetorik haben, bevor wir das machen. Wir haben 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir haben ein Plus 10. Und wir müssen... Wie viel ich schaffen? 16. Das heißt, 6 oder höher. Mhm. Schauen wir mal, ob wir irgendwas haben, um unsere Rhetorik zu verbessern. Wo haben wir Rhetorik? Ein Minus? Nein. Logic. Inland Empire. Wieso haben wir für alle möglichen Sachen was, aber nichts für das, was wir brauchen? Hm? Okay. Also nochmal. Wir versuchen es einfach. 6 oder höher. Was kann schon schief gehen? Pass. One of his boys will. That's it then. Case closed. Wir gehen Home King. One of his boys will. Okay. Okay. Let's go. One of them. Case closed. Das verstehe ich nicht. Write it down, Kim. In Martinez they... They just kill you because they don't like you. Because of some chick. Because you're a foreigner. Ist es wichtig, was ich da sage? Wir nehmen das Letzte. Oh, gee, he gets a hold of himself. They just hang you, like in the Dark Ages. Make a display of your corpse. They just hang you, shoot you, whatever. They can't even remember. They just hang you, shoot you, light you on fire. They don't care. Oh. T over the vorherige Schiff. Or what? You're gonna kill me like you killed him? For no fucking reason? What happens if I keep talking? You're gonna kill me too? In this bar? For nothing? Look at Kim first. He was dead before you hanged him. He was dead before you hanged him. He was dead before you hanged. Or are you gonna kill me like you? Or am I? God is not ever the sure you would. He has died before you hanged him. He's got to know you because he's a flashback guy. He's got Barbie. Re Went around here. Sehr kurz. Sehr gut, sehr gut. Die war keine gute Hilfe. Große Hilfe. I'm sorry. I made you guys fight. Warum soll ich das sagen? Whisper. Kim, we did it. So you didn't kill him. He was already dead. So who killed the Merc then? And it is. Whose idea was it to hang him anyway? Hers. What do you mean? It's her, isn't it? The drug trafficker. The missing Eve Hardy. The guy steps toward you. If I don't know, she's all right. All right. You know, it's okay for there to be a hardy girl, Titus. I don't know. Can you tell me anything about her name, current location? You're going to stonewall me if I ask more about her, aren't you? Who am I? You're going to stonewall. Sure, well, can you tell me anything about this affiliate? Name, current, location? So, who killed the Murkdan? Any leads? What are you thinking? Okay. Okay. Last of those. And you had ideas about this too. Okay. Sorry. I'm going to go back to you. Okay. Okay. Der kann ja doch mit uns zusammenarbeiten. Okay. 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 Hm. Mm-hmm. What happened Sunday night? What happened Sunday night? Das Loch, das war kein Peephole, sondern da wurde er durcherschossen. Deswegen auch das neue Fenster. Das war's. 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 Ich bin nicht sorry, dass Sie miteinander gefightet haben. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank. But you would still prefer if we didn't take her away. Oh. We accept this. Es gibt uns plus one of Savoir Faire. This one sounds fancy. Let's have this. Und plus one of Esprit Decor. Yup. Fancy. Let's have this one too. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Diese Sachen sind großartig. Die sind jetzt viel, viel besser gewesen als die letzten. Date of Birth Generator. Ich bin mir nicht sicher, ob mich das interessiert, wie alt ich bin. Opioid Receptor Antagonist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das will. Rigorous Self-Critique. You are one sorry piece of shit. Das ist das, was du kriegst, wenn du ein Sorry Cop bist. White Mornig war was. Ich glaube, das ist das Nazi-Ding, oder? You see yourself from above. You're passed out on the blue tiles of the coastal room. Nein, doch nicht. Even from this distance, you can see your eyelids flutter. At the mention of what? A great white object, letting out its sweet smell, like a lily of the valley. The little man's forgotten its name. But he still remembers the feeling. And look, he moves. The feeling animates him. He instinctively reaches out for the feeling's best friend. A bottle of Commodore Red. He puts on his difficult clothes and gets smaller and smaller. Ich habe nicht den blassenen Lüchen, was ich als nächstes machen soll. Der Drogencop. Der Date of Birth Generator. Die beiden klingen irgendwie ähnlich. Sechs Stunden, fünf Stunden sind sogar ähnlich lang. Und sie machen beide minus eine auf Authority. Aber diese Sachen waren nicht so gut. Die habe ich alle wieder los. Bin ich alle wieder los geworden? Dann locken wir noch eins. Und Nehmen wir den Sorry Cop. Date of Pro. Nein. Wir nehmen den Drogentypen. Das scheint keine schlechte Idee zu sein. Vielleicht können wir den Drogen nehmen, ohne Nachteile zu haben oder sowas in die Richtung. Außerdem geht es schnell. Okay, meine Lieben. Das war es wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss. Tschüss euch.